Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mangas. Ich habe mich heute dieses Mal mit meinen Freunden zusammengesetzt und habe ein paar Runden gespielt. Was da so alles passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin da. Dann starte ich einfach. Gut, Glück, Herr Fann. Sayonara. Ich hoffe, ich hätte ein bisschen länger durch. Wir versuchen heute, jede Runde eine andere Map zu spielen. Gucken, wie es klappt, ob es klappt. Caroleil vorbei. Mal gucken, wie es heute generell wird. Die Runde sieht so ekelhaft aus. Oh, wieder rauher aus. Was macht Schranida? Anika. Also Sky ist für mich sass. Aber ich habe die noch nicht einmal gesehen. Da ist er. Oh, die Farben geändert. Ach, Carole, du hättest mich noch meinen Download machen lassen. Sorry, weil Scharni war mir auf den Fersen und ich habe ein bisschen Angst. Ne, ich hatte das geprooft. Ich wollte nur meinen Download noch eben machen. Wenn du mir so straight hinterhergelaufen bist von Shields an. Ich wollte nur noch oben. Du kamst von oben, Scharni. Ich weiß nämlich, auf der... Ich bin runtergelaufen, wieder hochgelaufen, ja. Und bevor das Licht ausgegangen ist, waren auf der Seite Scharni, Vedox, Marshy und... Scharni, Vedox, Marshy und noch irgendwer. Ich hatte vier gesehen. Also Marshy ist mir entgegengekommen. Das war jetzt auch mein Sass. Also Scharni und Vedox sind zusammen runtergegangen. Wo liegt denn die Leiche? Ach, Duren war auch noch da. Nef. Was Nef? Navigation war ich doch gar nicht gewesen. Dann kann es Marshy nicht sein, dann haben wir... Ja, ich kam von No2, ja. Und bin dann hochgelaufen, wo es Licht ausginge. Da bist du gerade von Capitria in Reppens reingelaufen. Wir beide haben uns oben gekocht, ja, ja. Genau, und Sky hat das Licht angemacht. Aber das ist der letzte, den ich da gesehen habe. Scharni ist halt komplett runter. Die habe ich in... Storich gefunden. Genau, dann habe ich... Dann ist mir hinterhergelaufen, wieder Richtung Nerv. Dann habe ich auf meine Karte geguckt und habe dann gedacht, ah ja, stimmt, ich muss ja noch was machen in Navigation. Dann bin ich hochgelaufen in Navigation. Okay. Bus. Annika hat gerade ihren Download gemacht. Gripon. Ja. Wo bist du? E-Pau. Ich bin am Anfang nach Midway, dann in Reaktor. Da habe ich dann Simon Says gemacht, während das Licht aus war. Und dann bin ich nach Electrical. Sky war auch links. Äh, Sky war auch... Ja, das ist Horstilus. Wir können es insofern... Ich war gerade kurz vorher am Admin-Table und es waren halt nur vier Punkte überhaupt auf der rechten Seite. Und wenn Annika und Shani schon mal zwei davon waren, B-Docs der dritte, wer war da noch? Also, können wir besser einschließen auf vier. Ich hatte die Frage, wo Dürren herkamen. Weil Dürren kam als letztes zum Beispiel. Ich war auch am Anfang. Ich kam von rechts, es hat Skalant rechts gesehen. Ja, aber ich bin so natürlich durchgelaufen. Ob es nur weggelaufen ist. Also... Carol, Annika, Shani... Ach, man wusstet jetzt wollten, oder? Skippen können wir auch. Nee, nee, nee. Nur bei... Nur beim... Nur wenn du halt den Button hochst. Ich hab nicht auf Annalus. Nee, das war... Das war Annika. Ich weiß nicht. Ich kann ja schon Shani tippen, zumal die sich komisch bewegt hat. Kann aber auch... Sky atmet wieder tief. Also, Nester oder Jester sein. Würde vielleicht für Jester passen. Weil sie halt... hin und her gelaufen ist. Weiß ich nicht. Ist das mein Gerst? Dann müsste... Das ist eine schnelle Runde sowieso sein. Aber ich komm gut voran. Drei Electric. Drei Electric. Vier Electric. Double kill. Was ist das denn? Das ist kein Bock, oder? Okay. Okay. Ich bin weg. Das ist so forstgeil. Warum ging da die Tür zu? Hä? Ich weiß ja nicht. Ich habe gar keinen Plan. Der 3, 2... Was machst du denn, Warlock? Sky ist Warlock. Keksi? Anilus liegt beim O2. Also wahrscheinlich das zweite O2 muss wahrscheinlich dein Poster-Kollege angemacht haben, der nicht wusste, dass Anilus dort liegt. Also Sky warum standest du so komisch da rum? Du bist gemutet. Weil ich gerade was auf meinem Handy gelesen habe. Aber ich kann euch noch sagen, wo Griffin liegt, den habe ich nämlich gerade noch entdeckt. Der liegt nämlich bei Shields um der Ecke. Wenn du einen Schritt weiter gegangen hast, hättest du ihn auch noch gesehen. Den Gang hoch. Das ist halt das Ding, wir haben halt den Warlock drin und wenn du halt einfach im Raum stehen bleibst irgendwo ist es halt schwierig. Shani, wo warst du gerade? Stimmt. Ich war jetzt gerade zum Schluss in Electrical und wollte dann rauslaufen Richtung, was warst Oxygen, ne? Ja. Wie weit bist du gekommen? Äh, ich war im Storage. Ich wollte gerade rechts abbiegen in den Gang Richtung Comps und so. Ich habe dich aber nicht gesehen gerade. Hä, du bist mir doch gerade entgegengekommen. Bist du das gewesen? Ja. Ja. Okay. Wo du, liegt die Leiche? Okay, Power. Ja, Oxygen ist tot. Boah. So liegen beide rechts, soweit ich verstanden habe, oder was? Direkt schon, ja. Den kann ich auch gar nicht mitreden, ich war eigentlich die ganze Runde links unterwegs. Ich auch. Wer war noch jemand bei dir gerade in Electrical, Shani? Äh, Annika war gerade da. Annika war gerade da, also ihr beide. Äh, dann sind, müsste auch gerade eben gewesen sein, Shani und Cape Howe sind nach oben gelaufen. Richtung Edmund. Aber Sky sagt ja, der liegt, ähm. Aber das war relativ am Anfang, Mitte der Runde. Ne, das war gerade, ich hatte wie ich meinen zweiten Tank aufgefüllt habe, stimmt. Und ich bin ja gerade schon dabei, ihn abzufüllen, ja, da könnt ihr woanders hingegangen sein. Ja, wie gesagt, Sky meinte, er liegt rechts. Ähm, wie gesagt, Sky stand für mich halt sehr weird im Gang einfach rum. Okay, ich werde mein Handy weglegen. Ja, eigentlich sollst du dich mal aufs Spiel konzentrieren. Ja, klingt halt wie ein echt schlechter Aussage, wenn ich ehrlich bin. Also eigentlich muss ich, wenn ich überleben sollte, die Runde, skyboarden. Oder? Seht ihr es anders? Keksi könnte der zweite sein. Keksi könnte der zweite sein. Das kann wirklich sein, ne? Oh, auf geht's, auf geht's, drei Tage wach. Also, Arsonystos, erste Runde. Das ist geil. Ganz viel, warum stehst du da rum? Abstand halten, bitte. Kämpfen? Hm. Das ist nicht immer so schlauer als erstes. Okay, wir können das lösen. Kaypad ist gerade gewentet. Kaypow. 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 Er ist gewentet ins Lab rein. Gut, aber es gibt den Ingenieur, ne? Wenn der Evil Gesser mit drin ist, machst du ihm das gerade ein bisschen leicht. Jetzt mal kurz, wer ist alles hochgelaufen? Ich war dabei. Anni, los. Was ist für dich hoch? Ja, im Deacon. Nein, ich will nicht. Forced. Sky war doch dabei, oder nicht? Ja, Annika, du auch. Er hat ja reportet. Ich kann Shani rausnehmen, die stand die ganze Zeit neben mir. Ja. Okay, dann sind wir vier, also wir vier sind zu dem Kill hochgelaufen. Wenn der Kill im Lab liegt, dann sollen wir dann... Also der Kill liegt auf dem Wend drauf. Das heißt, es ist jemand gewentet wahrscheinlich. Ja, Diren stand unten vor Deacon bei Wiring, aber... Genau, genau. Ich weiß nicht, ob er jetzt Possible hochwendet. Ich glaube, das hätte von der Zeit nicht gereicht. Muss ja einmal um die Ecke wenden dann, gell? Also... Kann ich den Kaypow mal sprechen? Ja. Ähm, hallo? Also ich darf hier... Darf ich jetzt mal hallo? Ja, hi. Ja, ich bin sogar mit PX hoch. Sie ist dann rübern Reactor, ich bin dann rübern Slap. Bin dann... Wo war ich da? Ich bin dann hochgewandet, bin Engineer. Äh... Ich bin dann hochgewandet, bin Light. Dann erschießt er sich selber, weil er eben ist. Alle, um wie viel Prozent haben wir Evil Gesser drin? 70. Also... Na schade. So wie alle anderen. Wir hätten ihn aus dem Postal jetzt entlarven können. Also ich bin, ähm... eben kurz hoch, äh, ins... Office da hoch. Weiß... Weiß eigentlich gar nicht warum. Bin dann eben raus und dann kommen wir mit Annika entgegen. Also das Problem ist halt, die Leicherin auf dem Wend. Es ist offensichtlich jemand gewendet. Dieses Ding ist, voten wir jetzt Crippian raus, oder nicht? Und wir können ziemlich viel approven. Ich glaub ihm. Ich glaub ihm. Ich glaub ihm. Ich glaub ihm. Ich weiß nicht, vielleicht gibt man ihm ja noch mal ne Chance. Ja, dass da noch jemand kehen kann. Nee, ich glaub ihm nicht. Nee. Boah. Ah, okay. Ihr habt die Ehre. Vielen Dank. Oh Gott. Ich wär geflogen. Ich wär geflogen. Ich sag's jetzt. Ich auch. Ich auch. Mit... 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 das war aber schnell schauen wir zu schnell warum gibt man das schild ich weiß nicht wie krippin jetzt einfach ein schild hat okay das ist ein fehler glaube ich jetzt müssen wir warten ich wollte halt sie kann auch jester sein oder sowas aber scheini stattet einfach viel zu kurz gerade an rappen dran ich rede über scharney ich bin die erste runde gleich café gegangen weil ich die weapons test hatte und hatte zwölf ich habe acht nur brauchen müssen und sie ist halt sauschnell gerade fertig gewesen nachdem ich schon vorher da stand also ich bin weggegangen ist kurze zeit darauf weg jetzt mal ohne spaß also jetzt mal ohne spaß ich könnte auch einfach ein paar machen und weg in der nächste runde noch mal ein paar machen muss ja aber warum solltest du es tun ja weil ich kann vielleicht wir müssen jetzt aber warten wir haben halt krippin wurde ja beim wenden anscheinend gesehen deswegen ja der button war schlecht kein grund ist nicht zu wohnen oh oh evil guesser tot ich glaube shani war evil guesser es gibt nur evil guesser es gibt nur evil guesser es gibt nur den evil guesser also entweder hat shani falsch gebildet nee nee ich meine dass die mich selber verfehlt hat das glaube ich sie muss den die rolle des crewmates herausfinden oder hat jetzt die gäster shanys rolle geraten oder shani war evil guesser das glaube ich eher weil dann wäre das jetzt nicht gespielt der ist gewendet na dann könnte sie nur spy sein stimmt vielleicht ist sie spy ja natürlich 30% aber das ich habe schon gewotet mein Wort war auf shani aber sie ist danach gestorben weil der dann ja weiß dass shani wenn die griffin anschwert zu wenden der andere imposter der evil guesser das weiß dass sie ihn dass sie ihn beschuldigt dass sie dann spy ist ja eben das wäre dann dann wäre er dann hätte wenn sie jetzt evil guesser war dann hätte sie ja was falsch geworfen also da hätte sie jetzt nicht gemacht das wäre nicht der play ja aber als spy stehst du trotzdem normal an deiner task hätte ich mal ach fuck hätte ich mal nicht für mich gewartet ach du schade ja das wärmer was du posten wenn du das los ja das war so gut von dir das ist dumm ist das war so gut von dir uuuuuh warte war shani wirklich imposter he hey oh ich wollte gerade ich ja ich dachte wir kriegen das um die auszugleichen oder so was hast du gegessen das war es auch schon mit dieser folge aber schade doch beim nächsten mal ein wenn es heißt wenn denn killen und in der schnitzeln bis dann in der schnitzel bis dann an alle wir jetzt am auch ab wenn da auf Vielen Dank.